Werfen Sie einen Blick auf einige statistische Videos, solche, die Förderung von Investitionen und Risikoanalyse, was wir sagen können, ist es schon ein wenig embryonalen, nicht als menschliche Faktoren herum, was stören kann, solche Aspekte der Erwartung, Korruption, Interesse und das Fehlen von Ressourcen auf die Regionen von Interesse, alle diese kleinen Probleme werden, wie verhält Markt auswirken. Es produziert schöne Graf-Icon, Pisten, aber die Kunst zu überzeugen, dass etwas wahr ist, ist, worauf es ankommt, wenn der Rest-Eninering, neuronale Netze, Betrug und Spieltheorie mit dem Aufkommen von Sokial Networks dann ist die Sache kam zu einer Katastrophe, wie Sie bemerken werden, die Standard-Business ist der Berg eine Domain, erstellen Sie ein Suchfeld, das kaum richtig funktioniert, und versuchen Sie, auf denen die Realität ist, der Einzelnen umgeben war, dann stabilisiert mehrere Hypothesen versuchen, die einzelnen Gruppen auf irgendeine Art von Klassifier versuchen, wenn das Ding dann nicht arbeiten wollen, zu betrügen, Angriff auf das Wörterbuch von allen Seiten, was ihn eine solche Reaktion des Glücks, Einfluss auf die Musik und schafft eine Identifikation mit Das Individuum, wie Blick auf ihr Alter, dass ich dasselbe Problem gelitten, auf der Theorie alles Betrug ist, ist es wirklich ein Versuch, die Korruption als ein legales Geschäft zu legalisieren, wurde vor zehn Jahren vorausgesagt, die Godfather-NN, so Vermögen bleibt wichtig, Auch BBC dreht der Annahme, in einem Teufelskreis weise sie die wahrscheinlich kurz und das Mädchen auf Pakistan zur Hand haben seit Jahrzehnten, es ist neu für die Nisadi-Veranstaltung, wie aussterben ich ganz neugierig auf solche Prädiktoren des Aussterbens bin, weil es interessanter ist die Berechnung der Rate des Aussterbens als eine positivistische Morn von Ich bin sicher, niemand ist sicher, haben wie diejenigen, die Geld haben und andere, die nicht haben, wer nicht überversucht, von wem haben eine gewisse kriminelle Bewegung nehmen, schauen wir diese verkauft und man musste eine Ökonomie der XXX Trillions, alle Berichte gefälscht, einige große Investore erworben, setzen sie einen Ort, ändern sie dann den Ort und nennen es Rabatt, es ist so, als selbst die Big Player wie Microsoft und Die großen Beitreten und die großen Brachwelt, alle Nationen hatten die Staatsschulden größer als ihr BIP, so dass alle Unternehmen extrem gefährdet sind, mit diesem ihnen die Bevorzugung erstellen von Positionen, wie Mord, Larkinist bleibt wirklichen Verbrecher kostenlos, Als Viking, freue ich mich auf einer Stufe der Distanz von X oder Y, dann brauche ich nicht zu keinen Respekt für die Gerechtigkeit zu demonstrieren, es ist recht interessant einigen Fällen, wie wir sind fast Lager Mexiko, USA fällt Mexiko auf Kanonen zu schießen, Aber wer wie und korrupt ist nicht die Amerikaner sie habe Gewinn aus dem Chaos, und die Theorie, dass Informationen wie Arbeit mit Wahrscheinlichkeiten, Manipulation der Wirklichkeit und Korruption der Wirtschaft geht besser als ganz nicht kapitalistisch, ein guter Kapital ist auf Makroökonomie, senden sie das Chaos zu den Nachbarn, Das ist die amerikanische Politik zum Beispiel mit Lateinamerika für die letzten 30-40 Jahre, mit der Schutz der lokalen rechtlichen Anstalten, dann ist die Sache wurde immer einfach, zum Beispiel lokale Revanchismus, Wetternwehraft und Manipulation der Justiz, wie sie mehrere Hypothese, kann Bekanntmachung geschaffen werden, Alle falsch, die das Ausmaß der Korruption in einem Land sind, die Analysten der Regierung regelt, werden sie ignoriert oder nicht auf Interesse der Wirtschaft und den internen Wettbewerb und für sicher, Außenpolitik, wer Privileg Zugriff auf solche Informationen, wenn, stellt diese Informationen für eine Gruppe von Investoren ist nur kennzeichnenden Kriminalität, Regionen der Interessen, wenn die ordnungsgemäße Klassifikator, Auch muss nicht mit Bankpolitik tun, korreliert aber nicht direkt beeinflusst Innenpolitik, Außenpolitik, Wederverwaltung, aber ist es nicht interessant, wie Millionen Hypothese erstellt werden und niemand prüft diese offensichtliche Ergebnisse mögen, Korruption und Kriminalität haben Peggel erreichen so hoch, dass bereits eine gültige ökonomisches Modell berücksichtigt werden, das Problem ist, wie es zu messen.